Die zweite Besonderheit der Offenbarung ist der alttestamentliche Bezug. Die Offenbarung enthält 22 Kapitel und besteht aus 404 Versen. Und in 278 der 404 Verse wird Bezug genommen auf das Alttestament. Das entspricht etwa 70% aller Verse. Das ist also wirklich sehr viel. Und an keiner einzigen Stelle zitiert die Offenbarung dabei direkt das Alte Testament, wie das in den Evangelien oder in den Briefen häufig der Fall ist, sondern sie greift sozusagen die Bilder aus dem Alten Testament auf und bezieht sie auf sich und beschreibt deren Erfüllung. Wir sehen hier also eine ganz enge Verbindung zwischen der Offenbarung und dem Alten Testament. Das heißt, um die Offenbarung zu verstehen, müssen wir das Alte Testament verstehen. Und wenn wir die Offenbarung studieren, dann studieren wir automatisch das Alte Testament mit. Und es ist auch interessant zu wissen, dass in der Offenbarung gar nichts Grundlegendes Neues mitgeteilt wird, sondern es werden lediglich die losen Enden aus dem Alten Testament genommen und dann in der Offenbarung zusammengeführt und zur Erfüllung gebracht. Und da möchte ich hier auf dieser Folie auch einige Beispiele eingehen. Diese Liste, die lässt sich beliebig fortführen. Es gibt also ganz, ganz viele Beispiele dafür. Das ist nur ein kurzer Auszug. Die erste Parallele ist, dass die Erlösten Priester sind. Und das lesen wir schon in 2. Mose 19, Vers 6. Und da sagt Gott zu seinem Volk Israel, Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und da sehen wir, was Gott mit seinem Volk vorhat. Ja, ein Königreich von Priestern. Und Priester, das sind die Ermittler zwischen Menschen und Gott. Das heißt, Gott hatte das Volk Israel erwählt, damit sozusagen sie Botschafter für ihn sind und damit die Menschen sozusagen durch das Volk Israel zu Gott geführt werden. Leider führt das Volk Israel diese Priesterfunktion aktuell nicht aus, weil sie beiseite gestellt sind aufgrund ihres Unglaubens und aufgrund der Tatsache, dass sie Jesus Christus, ihren Gott und ihren Messias verworfen haben. Mehrheitlich. Es gibt wenige Ausnahmen, aber die Mehrheit der Juden glaubt nicht an Jesus Christus als den Messias und als Gott. Und deswegen ist das aktuell leider nicht der Fall. Aber am Ende der Trübsalzeit werden sie dann zum Glauben kommen und von da an werden sie diese Priesterfunktion übernehmen. In Offenbarung 5, Vers 10 wird beschrieben, wie sozusagen diese Priesterfunktion jetzt die Gemeinde erfüllt. Und das lesen wir in Offenbarung 5, Vers 10. Du hast uns zu Königin und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und hier erwähnen sie das wieder. Die Könige und die Priester. Und das gilt jetzt für alle, die durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus Kinder geworden sind. Sowohl Juden als auch Nichtjuden. Die gehören dann zur sogenannten Gemeinde und die werden dann als Könige und Priester herrschen auf Erden. Dann wird der leuchtende Morgenstern erwähnt. Davon lesen wir in 4. Mose 24, Vers 17. Und das ist eine der ersten Vorhersagen aus dem Alten Testament auf den Messias hin. Dieser Vers kommt von Biliam, einem käuflichen Prophet, auf den wir dann auch noch näher eingehen werden. Und dort steht, Das ist ja ganz interessant. Hier wird sozusagen der Messias beschrieben als Stern, der hervortritt aus Jakob. Das heißt, der Messias würde ein Jude sein. Er würde also aus dem jüdischen Volk kommen und Jesus Christus ist ja ein Jude. Ein Nachkomme von Abraham, Isaac und Jakob und sogar ein Sohn Davids, also ein Nachfolger Davids aus der Königslinie. Und ein Stern, ja das ist ja immer etwas Schönes, etwas Erhabenes, etwas, was Licht gibt, was Orientierung gibt und das ist genau das, was Jesus Christus tun wird. Er wird sozusagen, ja nach der Finsternis der Trübsal, dann auf die Erde kommen. Und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ein Zepter, das ist ja immer ein Bild für eine politische Herrschaft und wenn Jesus Christus dann am Ende der siebenjährigen Trübsalszeit wiederkommt, wird er als politischer König über die Erde herrschen. Und das wendet Jesus Christus in Offenbarung 22, Vers 16 auf sich selbst an. Und dort sagt er, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Ja und er sagt hier, ich bin der Morgenstern aus 4. Mose 24, Vers 17, was wir gerade gelesen hatten von Biliam. Und er ist nicht nur der leuchtende Morgenstern, sondern er ist auch die Wurzel und der Spross Davids. Und wir hatten ja gerade schon gesehen, ja Jesus Christus ist der Sohn Davids, also der Spross Davids. Er ist also ein biologischer Nachkomme von David. Und das lesen wir auch in Jesaja, 11, Vers 1. Und dort steht, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Ja und das ist auch eine ganz interessante Stelle, die wir auch alle kennen und sei es nur durch das Weihnachtslied. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Ja, also Jesse ist Isai, das ist der Vater von David und der Stumpf Isais, das ist das abgebrochene beziehungsweise das unterbrochene Königtum Israels. Also das Königtum Israels wird hier beschrieben als ein Baum, ja und genau wie dann jemand kommt, ein Waldarbeiter und mit einer Axt den Baum umhaut und dann nur noch ein Stumpf übrig bleibt, genauso geschah das auch bei dem Königtum Israels im Jahr 586 vor Christus als Nebukadnezzar, der König von Babylon, dann kam und Jerusalem und den Tempel zerstörte und das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft führte. Und seitdem hat Israel keinen König mehr gehabt. Ja, Zedekir, der letzte König Israels, wurde dann ebenfalls in die Gefangenschaft geführt, aber als sie dann zurückkamen, hatten sie bis auf den heutigen Tag, seit über 2500 Jahren, keinen König mehr. Und das wird eben hier beschrieben, ja, mit einem Stumpf, der dann, ja, wo es kein Wachstum mehr gibt, sondern das ist abgehauen. Aber was hier eben steht in Jesaja 11, Vers 1, ist, dass der Stumpf nicht ewig ein Stumpf bleiben wird, sondern dass das Königtum Israels fortgesetzt wird. Und deswegen heißt es hier, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinem Wurzeln. Und der Zweig, beziehungsweise der Schössling, das ist ein Bild für Jesus Christus, für den Messias, der dieses Königtum Israels als König Israels fortsetzen wird. Und das Interessante hier ist auch, das Wort Schössling, das heißt, dafür steht im hebräischen Urtext das Wort Neza. Und in Matthäus Kapitel 2, Vers 23 steht, dass im Alten Testament steht, dass Jesus Christus ein Nazarener genannt wird. Und da kann man sich jetzt verwundert die Augen reiben und fragen, ja, Moment mal, wo steht denn das direkt im Alten Testament? Das steht ja da gar nicht, aber das steht eben indirekt da, nämlich hier in diesem Wort Schössling. Denn Neza oder das Wort Nazareth, wo Jesus Christus aufwuchs, kommt eben von diesem Wort Neza. Also Nazareth heißt Schösslingen oder Sprosslingen. Ja, und da wird sozusagen schon angekündigt, dass Jesus, der Spross Davids, in Sprosslingen aufgewachsen wird. Also wirklich sagenhaft, wie diese ganzen Dinge sich vorhergesagt sind und sich erfüllt haben. Jesus ist jetzt aber nicht nur der Spross Davids, sondern auch die Wurzel. Und die Wurzel, das ist ja der Vorgänger. Die Wurzel ist ja im Boden und nimmt die Feuchtigkeit auf und die Nährstoffe. Und ein Spross ist sozusagen der Nachfolger. Etwas, was da aus etwas hervorkommt. Das heißt, was hier steht, ist, ich bin der Vorgänger und der Nachfolger Davids. Und das ist sehr hochinteressant, denn so etwas Ähnliches kennen wir aus Johannes Kapitel 8, wo Jesus Christus mit den Juden spricht und da reden sie dann über Abraham und die Juden fragen ihn dann, ja, Moment mal, kennst du denn Abraham? Und dann sagt Jesus Christus, ehe Abraham war, bin ich. Und sagt eben genau das Gleiche, wie hier, er hat sozusagen schon existiert, bevor Abraham lebte. Und das zeigt eben, dass Jesus Christus Gott ist. Er ist Gott von Ewigkeit her und ist dann vor 2000 Jahren Mensch geworden. Und genau das Gleiche sagt Jesus Christus hier. Er sagt eben, ehe David war, bin ich. Und da sehen wir diese ganzen alttestamentlichen Bezüge. Und im ersten Vortrag hatte ich ja gesagt, dass die Offenbarung, die Offenbarung Jesu Christi ist. Ja, dass Jesus Christus hier im Mittelpunkt steht und in einer besonderen Weise vorgestellt wird. Und genau das können wir eben hier sehen. Wie Jesus das Zentrum der Offenbarung ist. Eine weitere sehr interessante Stelle ist der Same der Frau. Davon lesen wir gleich in 1. Mose 3, Vers 15. Und diese Stelle ist die erste Ankündigung des Messias in der gesamten Bibel. Und dort spricht Gott zur Schlange infolge des Hündenfalls. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Auf die Frau werden wir gleich eingehen. Worauf ich hier eingehen möchte, ist ihr Same. Das ist nämlich Singular und das ist eine Person und das ist der Messias, nämlich Jesus Christus. Und hier wird der Konflikt beschrieben zwischen ihrem Samen, nämlich Jesus Christus, und dem Satan. Und dann heißt es, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und der zweite Teil, du wirst ihn in die Ferse stechen, hat sich bereits erfüllt, nämlich vor 2000 Jahren am Kreuz, als Jesus Christus die Hände und die Füße mit Nägeln durchbohrt worden sind. Und der zweite Teil, oder der erste Teil, er wird dir den Kopf zertreten, das ist noch zukünftig und das wird geschehen, wenn Jesus Christus dann am Ende des tausendjährigen Reiches Satan endgültig vernichten wird und in den Feuersee werfen wird, wie wir es gelesen hatten in Offenbarung 20, Vers 10. Und diese Stelle wird aufgegriffen in Offenbarung 12, Vers 4 und 5. Und es steht, der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Nationen mit eisernem Stab weiden wird, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und das ist eine so interessante Stelle, weil hier ganz viele alttestamentliche Bezüge sind. Wir fangen mal an mit dem Drachen, der vor der Frau steht. Der Drache, das ist Satan und in 1. Mose 3 tritt ja Satan auf als Schlange und in der Offenbarung tritt er dann auf als Drache. Und ein Drache ist ja letztendlich nichts anderes als eine Schlange, nur viel größer und hat noch Flügel. Ist also sozusagen noch mächtiger geworden in seiner Bosheit, noch schlimmer. Und der Drache steht jetzt hier vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und hier lesen wir wieder von der Frau und ihrem Samen, nämlich dem Kind, das der Satan dann verschlingen will. Und hier sehen wir ganz klar, wie diese Stelle einen alttestamentlichen Bezug hat auf 1. Mose 3. Und die Frau, das ist Israel. Denn wie wir schon gelesen hatten, ein Stern tritt hervor aus Jakob. Jesus Christus würde ein Jude sein und aus dem jüdischen Volk kommen. Und als er dann geboren wurde, hat Satan sofort versucht, das Kind zu verschlingen. Und das hat sich erfüllt durch den Kindermord von Bethlehem. Da hat ja Herr Rodes, weil er politische Konkurrenz fürchtete, befohlen, alle Kinder, die zweieinhalb Jahre waren und Jünger, zu töten. Und um zu verhindern, dass Jesus Christus für uns am Kreuz sterben kann. Denn der Sinn des ersten Kommens war, dass Jesus stirbt. An unserer Stelle als stellvertretendes Opfer und den Zorn Gottes auf sich selbst nimmt, damit wir ihn nicht mehr tragen müssen. Und wenn Satan es geschafft hätte, sozusagen zu verhindern, dass Jesus Christus groß wird, aufwächst und dann am Kreuz stirbt, dann wäre der Erlösungsplan Gottes gescheitert. Und deswegen hat er sozusagen sofort versucht, Gottes Plan, den Wind aus den Segeln zu nehmen und das zu vereiteln. Aber wir wissen, das ist ihm nicht gelungen. Was aber hier auch interessant ist, ist, dass der Versuch Satans, das Kind zu töten, schon im Alten Testament vorausgeschattet wird. Und zwar durch Mose. Und wir lesen, in 2. Mose, Kapitel 1, wird ja etwas Gleiches beschrieben, wie diesmal nicht Herodes, sondern der Pharao, befohlen hat, alle Kinder zu töten nach ihrer Geburt. Weil er ebenfalls politische Konkurrenz gehört hatte und wusste, es wird jemand kommen, der ihm den Rang abläuft. Und genau wie Jesus Christus dann gerettet wurde, genauso wurde Moses dann gerettet. Und sie flohen dann, Maria, Josef und Jesus, sie flohen dann sozusagen nach Ägypten. Und dann kommt in einem Traum die Botschaft für Josef, ja die, die Jesus schaden wollten und ihn töten wollten, die sind jetzt gestorben und du kannst wieder zurückkehren nach Nazareth. Und genau das gleiche lesen wir in 2. Mose Kapitel 4 Vers 19 und 20, wenn ich mich nicht irre, wo Mose dann auch fliehen musste und zwar nach Midian. Und dann hört er auch in einem Traum, ja die, die dir nach dem Leben trachten, die sind jetzt auch gestorben und jetzt kannst du zurückkehren nach Ägypten, um das Volk Israel aus dem Land Ägypten zu führen. Und hier sehen wir sozusagen, wie Mose, ein Bild ist auf Jesus Christus hin und wie er schon entscheidende Dinge im Leben des Messias vorausgeschaltet hat. Und das zeigt eben, wie eng das alles miteinander verbunden ist. Ja, sie gebar einen Sohn einen männlichen, genau, das ist eben genau das, das ist der Same der Frau in 1. Mose 3, Vers 15, der alle Nationen mit eisernem Stab weiden wird. Und das ist wieder eine Bezugnahme auf Psalm 2, wo die gerechte Herrschaft des Messias, Jesus Christus, im tausendjährigen Reich beschrieben wird. Und dort wird erherrschen, ja, von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde und wird dann, wenn die Nationen etwas tun, was nicht richtig ist, wird sie dann, ja, wird das sofort richten. Also zum Beispiel steht auch beschrieben in Sachaja 14, wie die Nationen dann zum Laubhüttenfest kommen müssen und wenn die das nicht tun, dann wird es nicht regnen, ja, bei ihnen. Und genau das wird eben hier beschrieben. Aber das ist noch zukünftig und wird sich dann im tausendjährigen Reich erfüllen. Und dann heißt es weiter, Das hat sich bereits erfüllt und zwar bei der Himmelfahrt 40 Tage nach der Auferstehung. Da, ja, wurde Jesus Christus ja in den Himmel entrückt und in Apostelgeschichte 1, Vers 9 steht, dass er in Wolken entrückt wurde. Und genau dasselbe lesen wir in 1. Thessalonischer 4, wo es auch heißt, dass die Erlösten dann bei der Entrückung ebenfalls in Wolken zu Gott in den Himmel entrückt werden. Und da sehen wir eben, wie Jesus Christus ein Erstling ist, der zuerst tut, er ist der Erste, der aufersteht, er ist der Erste, der entrückt wird. Und genauso, wie er entrückt wurde und auferstanden ist, genauso werden alle Erlösten ebenfalls auferstehen und ebenfalls entrückt werden. Das ist das, die Verheißung Gottes an alle seine Kinder. In Psalm 45 wird das Zepter der Macht beschrieben. Und das ist so interessant, auch weil hier der Vorhang gelüftet wird und wir jetzt die Kommunikation innerhalb der Dreieinigkeit sehen können. Also hier wird beschrieben, wie die erste Person der Dreieinigkeit Gott der Vater mit der zweiten Person der Dreieinigkeit Gott dem Sohn spricht. Das ist faszinierend. Und dort steht, dein Thron, oh Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Und hier sehen wir, wie gesagt, wie Gott der Vater zum Sohn spricht und hier sehen wir auch, dass Jesus Christus Gott ist, denn Gott der Vater sagt, du, oh Gott, dein Thron, oh Gott, bleibt immer und ewig. Und hier lesen wir wieder dieses Zepter, das sich aus Israel erhebt. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Das ist also die weltweite Herrschaft des Messias, die gerechte Herrschaft im tausendjährigen Friedensreich. Und dann wird er, wie gesagt, von Israel aus die ganze Welt regieren. Und aktuell ist es ja noch so, dass wir in den Zeiten der Nationen leben, wo sozusagen die Nationen den Ton angeben und wo die Mächtigen in Berlin, in Brüssel, in Washington oder in Peking sitzen. Aber dieser Zustand, der ist zeitlich begrenzt und wird sich bald ändern. Und dann wird sozusagen Gott selbst oder Jesus Christus selbst von Jerusalem aus die Welt regieren. Und dann wird sozusagen Jerusalem der Mittelpunkt der Welt sein, sowohl politisch als auch geistlich. Und die Erfüllung davon lesen wir in Offenbarung 11, Vers 15. Und es steht, der siebte Engel stieß in die Posaune, der ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Messias zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, und hier lesen wir sozusagen, wie diese Dinge, die im Alten Testament angekündigt sind, der Stern tritt hervor aus Jakob, das Zepter erhebt sich aus Israel, das ist ein Zepter des Rechts, das wird sich dann eben hier erfüllen und dann werden diese ganzen Nationen dann unter der Herrschaft von Jesus Christus stehen. In Jesaja 34, Vers 4 wird angekündigt, wie die Buchrolle, wie die Himmel wie eine Buchrolle eingerollt werden. Und dort steht, das gesamte Heer des Himmels wird vergehen und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle und all ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt und wie die verdorrte Frucht des Feigenbaums. Also hier lesen wir von kosmischen Ereignissen, das Heer des Himmels, das sind die Sterne, die wir gleich noch sehen werden und diese kosmischen Ereignisse, wenn die Himmelskörper dann auf die Erde fallen, die werden sich erfüllen in der Offenbarung, in Offenbarung 6, Vers 13 und 14 und dort lesen wir diesen alttestamentlichen Bezug. Das heißt, dass die Sterne des Himmels, das Heer des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Das ist genau das, was wir gerade gelesen hatten in Jesaja 34, Vers 4. Und dann heißt es weiter, der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und hier lesen wir das wieder, die Buchrolle, die zusammengerollt wird, oder der Himmel, der zusammengerollt wird wie eine Buchrolle und das bedeutet, dass dann in der Trübsalzzeit anscheinend das Universum sich zusammenziehen wird. Das ist nicht mehr expandiert, sondern das ist dann kontraktiert sozusagen und schrumpft. Und das sind also dramatische, kosmische Ereignisse, die dann in der Trübsalzzeit geschehen werden. Aber es wird nicht nur kosmische Ereignisse geben in der Trübsalzzeit, sondern auch geologische. Und hier, das lesen wir hier, alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Also, gewaltige plattentektonische Aktivität wird es dann geben. Die ganze Erde wird erschüttert werden. Was wir hier auch lesen, ist, dass das Wasser in Blut verwandelt wird. Und das lesen wir in 2. Mose 7, Vers 17. Und es steht, Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden. Das ist also eine der 10 Plagen von Ägypten, die, den Bericht, den kennen wir ja. Und das wird sich dann erfüllen, beziehungsweise wiederholen, in der Offenbarung, in der Trübsalzzeit. Und das lesen wir, in Offenbarung 11, Vers 6, diese, und das sind die zwei Zeugen, die erstaunliche Parallelen haben mit Mose und Elia, haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Die Tage ihrer Weissagung, das sind die ersten 1260 Tage der Trübsalzzeit, nämlich die erste Hälfte der siebenjährigen Trübsalzzeit, die ersten dreieinhalb Jahre. Und die haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Das heißt, die werden verhindern, dass es regnet. Und das konnte der Elia schon. Und der hat ebenfalls, damals schon, für dreieinhalb Jahre den Himmel verschossen. Und deswegen sehen wir, wie sich das hier wiederholt. Sie haben auch Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln, wie wir das gerade gelesen hatten, bei Mose, und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und hier sehen wir, wie uns die Sprache der zehn Plagen ins Ägypten förmlich ins Gesicht springt. Ja, also wir sehen hier ganz klar einen alttestamentlichen Bezug. Ja, und das sind jetzt nur wenige Beispiele, ja, wie die Offenbarung auf das Alte Testament zurückgreift. Das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Und um das nochmal zu verdeutlichen, möchte ich abschließend dieses Bild hier zeigen, wo wir das nämlich mal sehen können. Auf diesem Bild können wir die Verbindung und die Querverweise in der Bibel sehen. Wir sehen hier auf der X-Achse die biblischen Bücher, das sind ja insgesamt 66, und da sehen wir hier diese farblichen Blöcke, dunkelgrau, hellgrau, dunkelgrau, hellgrau und so weiter. Das heißt, jeder farbliche Block steht für ein biblisches Buch und jeder Strich innerhalb eines Blocks steht für ein Kapitel. Und die Länge des Striches zeigt an, wie häufig ein Vers in diesem Kapitel zitiert wird. Und hier sehen wir eben, wie es diese ganzen Parallelstellen und Querverweise innerhalb der Bibel gibt. Und die Bibel ist geschrieben worden über einen Zeitraum von 100, 1600 Jahren und von über 40 Autoren. Und trotzdem gibt es hier diesen roten Faden und alles ist miteinander verbunden. Und das zeigt uns eben, dass die Bibel kein Menschenwerk sein kann. Ja, Gott hat Menschen verwendet, um sie aufzuschreiben, aber die Gedanken, die können nicht menschlich sein, denn kein Mensch kann sich diese Komplexität ausdenken. Und die Bibel ist also ein Buch, was wie, wie wir heute sagen würden in unserer Jugendsprache, voller Hyperlinks ist. Wir kennen das ja, wenn jemand sagt, ja schick mir mal einen Link, dann ist das sozusagen ein Text, da klicke ich drauf und dann transportiert mich das sozusagen an einen anderen Ort. Und genau das sehen wir hier auch. Die Bibel ist ein Ort voller Hyperlinks, wo man permanent diese ganzen Querverbindungen sieht. Man liest hier einfach, schwupps, die wupps, ist man im Alten Testament und wupps, ist man wieder hier und so weiter. Also man sieht hier diese Tiefen der Weisheit Gottes. Ganz interessant, hier ist dieser lange Strich, das ist nämlich der am meisten zitierte Vers in der Bibel. Und der am meisten zitierte Vers in der Bibel ist Psalm 110, Vers 1. Und der ist genau wie Psalm 45, Vers 7 ganz faszinierend, weil hier wiederum der Vorhang gelüftet wird und wir die Kommunikation innerhalb der Dreieinigkeit sehen können. Hier spricht wiederum der Vater zum Sohn. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist genau das Gleiche. Und hier sehen wir die Begrüßung des Sohnes durch den Vater nach der Himmelfahrt 40 Tage nach der Auferstehung. Als sozusagen Jesus Christus 40 Tage nach der Auferstehung in den Himmel zurückkehrte, das sprach der Gott der Vater zu ihm, jetzt setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und das wird ja dann geschehen am Ende der Trübsalzzeit, aber auch am Ende des tausendjährigen Reiches. Und ja, also das ist wirklich ganz, ganz spannend und dieser Vers wird so häufig hier zitiert im Alten Testament. Das ist einer der, äh, im Neuen Testament. Wir sehen hier die ganzen Querverbindungen oder die Verweise innerhalb des Neuen Testaments. Und da können wir eben sehen, wie die Bibel ein Werk ist, was voller Komplexität ist. Und das zeigt uns eben auch, dass es gut ist, wenn wir die Bibel möglichst häufig lesen. Denn jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir eine neue Querverbindung. Das kann ja der Mensch gar nicht mit einmal lesen hier alles erfassen, sondern das braucht viele Jahre Bibelstudium und Bibel lesen, um sozusagen diese ganzen Dinge zu verstehen. Aber wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch die Schönheit und die Komplexität des Wesens Gottes. und da liegt ein ganz, ganz großer Segen darauf. Und diese Eigenschaften, diese Querverbindungen zu ziehen, die werden eben insbesondere in der Offenbarung ganz deutlich. in der Offenbarung ist. Untertitelung des ZDF, 2020